Der Avatar ist immer noch am Leben. Es fällt mir schwer, das zu glauben. Er ist irgendwo da draußen. Er ist der Auserwählte. Komm schon raus, Avatar. Du kannst mich nicht ewig da teilen verstehen. Er hat diese völlig verrückte Vorstellung, dass er die Welt ganz allein retten müsse. Doch er ist nicht allein. Ich schließe mich dem Avatar an. Du musst das nicht unbedingt allein tun. Denn gemeinsam sind sie stark. Verpasst nicht das Avatar-Wochenende. Morgen um 10.20 Uhr. Nur bei Nickelodeon. Untertitelung des ZDF für funk, 2017